Hallo und ganz herzlich willkommen zu Herr Stroms Ursachen, zu einer Sendung, in der wir mal ganz fairerweise Arbeitsteilung machen. Heißt, ich arbeite, indem ich teste und Sie gewinnen. Was eine dieser vier Uhrenrollen, die ich vorher teste. Denn wir beide haben heute die Aufgabe herauszufinden, ob vielleicht unter einer dieser Rollen wirklich die beste Uhrenrolle auf dem Markt ist. Das zumindest behauptet einer der Hersteller. Das wird spannend, so viel Selbstbewusstsein. Hat doch normalerweise nur der Herr Strom. Das alles nach diesem Zeigefinger. Mein Name ist Bernhard Strom und ich bin heute sozusagen die Besetzungs-Couch Ihres Vertrauens für die heutige Sendung. Denn es geht um Rollen, die zu vergeben sind. Und wir finden raus, wer hat die Hauptrolle, wer nur eine Nebenrolle, wer kriegt die Goldene Zitrone für die mieseste Rolle. Alledem, alledem, alles dem, alledem Fragen werde ich nachgehen und warum ich auch mit meinem Deutsch manchmal einigermaßen hapere. Ich habe es vorhin schon gesagt, am Ende der Sendung können Sie etwas gewinnen und zwar eine dieser Rollen. Und da liegen immerhin rund 1000 Euro jetzt gerade in Form von vier Rollen auf diesem wunderbaren Studiotisch. Und ganz zum Schluss sage ich Ihnen, wie Sie die gewinnen können. Und wenn Sie jetzt denken, dann skippe ich doch einfach mal weiter, 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 bis ich am Schluss bin. Nein, ich habe in diesem Video einen neuen Algorithmus getestet, der ganz genau erkennen kann, ob Sie persönlich sich alles, jede Sekunde, jede Minute und jeden blöden Witz dieser Sendung auch wirklich angeguckt haben. Und wenn der Algorithmus sagt, nein, dann kriegen Sie auch nichts. Völlig wurscht, egal, dann haben Sie keine Chance. Gehen wir aber jetzt mal in Medias Res. Ich zeige Ihnen hier mal das bunte Potpourri, was ich hier ausgebreitet habe. Das sind Uhrenrollen. Uhrenrollen, das ist etwas, das werden Sie gleich im Detail sehen. Für alle, die die noch keine gesehen haben, das ist eine, ja, eine Box, in der Rollen drin sind zum Transport oder zur Aufbewahrung oder einfach nur, um damit anzugeben. Keine Ahnung, werden wir rausfinden. Zu was Sie denn alles geeignet sind. Disclaimer vorweg. Diese Rollen habe ich gekauft. Das heißt, ohne dass die Hersteller wussten, habe ich mir diese Rollen bei Ihnen im Online-Shop gekauft und auch im vollen Preis bezahlt. Und erst später, als die Rollen da waren und sich jetzt für einen ordentlichen Test, wenn sich Rückfragen ergeben haben, wo ich dann gesagt habe, nee, komm, habe ich nicht verstanden, frage ich mal lieber, bevor ich jetzt im Video irgendeinen Quatsch erzähle oder da falsche Behauptungen, falsches Lob oder falsche Beschuldigungen aufkommen lasse. Da frage ich doch lieber mal nach. Erst im Nachhinein haben die lieben Kollegen gemerkt, ach, gucke mal, der Herr Strom, hui, was macht er denn damit? Und ich habe das Zauberwort schon verraten, die lieben Kollegen. Heißt also, warum ist das ganze Thema jetzt für mich ein Thema geworden? Ich habe es schon mal angesprochen, seit einigen Wochen und Monaten sind Uhrenrollen irgendwie so der heiße Scheiß. Vor allen Dingen, wenn sie auch von anderen YouTube-Kollegen angeboten und verkauft werden. Dann sieht man sich die Videos an, die Vor- und Nachteile, dann sieht man Preise, dann ist dann auch so ein bisschen Wettbewerb, wo ich dann denke, der eine reagiert dann auf den anderen. Also habe ich mir gedacht, zeitgleich, weil, ich habe es Ihnen schon mal gesagt, die eine oder andere Anfrage auch zu mir kam, ja, Herr Strom, warum haben Sie denn keine Uhrenrolle? Der hat eine Uhrenrolle und der bietet die an, der bietet die an, warum machen Sie das denn nicht? Habe ich gleich gesagt, ja, ich habe ein paar andere Produkte bei mir, Accessoires im Shop und ich weiß, was für ein Aufwand das ist, sowas herstellen zu lassen und zu vertreiben und mit allem drum und dran. Aber trotzdem, das Thema hat mich nicht losgelassen. Also dachte ich, bevor ich nicht so wie sonst immer irgendeinen Blödsinn behaupte, Kompetenz durch Anmaßung, gucke ich mir die Sachen doch mal einigermaßen ordentlich an. Und weil es sich, wie gesagt, auch um Kollegen handelt. Das heißt, zumindest zwei Content Creator und einer davon ist ein Uhrenhersteller, den ich sehr, sehr gut kenne, auf den ich dann zufälligerweise erst gestoßen bin und über die vierte Rolle, die ich hier habe, erzähle ich Ihnen gleich noch ein ganz klein wenig mehr. Wie sich das für einen ordentlichen Test gehört, habe ich mir natürlich in meinem Fall eine absolute Fachfrau für Leder, Nähte, Transport, Rollentaschen an meine Seite geholt. Jetzt hier nicht im Studio, sondern zu Hause. Als alle Uhrenrollen dann irgendwann angekommen sind, habe ich sie meiner Frau in die Hand gedrückt. Die dann guckte und sagte, was ist das denn? Und da sagte ich, damit transportiert man Uhren. Und sie wunderbar, völlig entfremdet von diesem Hobby sagte, hä, braucht man sowas? Nein. Ich fragte sie dann, ob man so viele Handtaschen brauchte und bin abends hungrig ins Bett gegangen. Trotzdem hat sie mir den Gefallen getan, weil sie halt völlig wertneutral an diese Geschichte herangeht. Sie kennt weder das Thema Uhrenrollen, noch wie sowas benutzt wird, noch kennt sie irgendeinen Background, noch hat sie jemals davon ein Video gesehen, noch kennt sie die Hersteller, sondern sie hat jetzt einfach nur die Rollen in Händen gehabt. Und dann, ganz interessant, das Erste, was sie machte, ist dran riechen, fummeln, auseinanderbauen, gucken, wie es funktioniert, drüber streichen, alles Mögliche. War sehr, sehr spannend. Also auch ihre Meinung fließt hier völlig neutral in diese Bewertung ein. Nochmal, es geht hier nicht darum, jetzt irgendwelche groben Fehler oder sonst was aufzudecken, sondern so ein ganz klein bisschen einen Marktüberblick. Und auch die ein oder andere Behauptung, die ich vorhin schon genannt habe, die dann da im Raum steht, wozu man das braucht, was das Wertigste ist, etc., etc. Vielleicht mal von neutraler Seite mal drauf zu gucken und zu sagen, ja, ich hatte bisher keine einzige Uhrenrolle. Doch, doch, halt. Ich hatte eine Uhrenrolle, das sind jeweils drei Jahre Uhrenrollen. Ich hatte eine Uhrenrolle langsam, Herr Strom. Ich hatte eine Uhrenrollen, das stellen wir mal unter hin. Wenn ich eine Uhr verkauft habe, eine schöne Vintage-Uhr und da gab es weder Box noch Papiere, dann habe ich mir die gekauft, weil es auch sehr schön und sehr geschützt ist, letztendlich für den Versand oder für den Transport. Und weil ich es schöner fand, als irgendeine billige kleine Holzbox zu kaufen. Ansonsten ist das nicht mein Thema, aber da kommen wir nachher zum Schluss nochmal drauf, auch bei meiner persönlichen Bewertung von dem Ganzen. So, Sie haben hier gesehen, wir haben hier insgesamt vier Rollen und zwar von vier sehr unterschiedlichen Anbietern. Der Reihenfolge nach fangen wir auch an. Diese blaue Rolle ist von Leinbach. Leinbach ist die Marke von Kai Leingang, den Sie auch von Watchweiß, von seinem Kanal, wahrscheinlich von YouTube kennen, wenn nicht, reingucken. Dasselbe gilt natürlich auch für die Uhrenrolle von TWG, The Risk Guy von Burak. Der hat diese Rolle auf dem Markt. Die Rolle habe ich gefunden, als ich ein bisschen recherchiert habe. Und das sieht man jetzt, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Das ist eine Uhrenrolle von Botter, von Klaus Botter. Eine wunderschöne deutsche kleine Uhrenmarke, Einzeigeruhren. Das ist eine Uhrenrolle von Asfert, die ich sozusagen als Gegenstück zu all diesen einfach mal als neutraler Gegenpart gekauft habe. Und die wir uns jetzt nachher angucken. So, wir werden uns erst, ich räume das mal ein bisschen zur Seite. Das ist alles live und zwar aus einem einzigen Grund. Wenn ich jetzt hier anfange, schöne Bilder zu machen, noch Musik dahinter zu legen und jede einzelne Rolle zu zeigen, dann könnte das verfälschen. Sondern ich probiere jetzt einfach mal das Experiment über zwei Kameras, die obere Kamera und die Frontkamera. Ja, einfach mal zu gucken, wie man mit diesen Uhrenrollen umgeht. Sie kriegen das dann eins zu eins mit. Gibt es da Schwierigkeiten? Wie leicht geht das? Wie funktioniert das? Das mag das ein oder andere mal sein, dass das Bild vielleicht ein ganz klein bisschen unscharf ist. Aber das bitte ich zu verzeihen. Und dafür ist es, Sie wissen, bei mir geht es immer One Take durch. Dafür ist es dann wirklich sehr unvermittelt. Und wir können da direkt damit beginnen. Wir beginnen mit dieser wunderschönen Rolle von Leinbach. Eine Dreierrolle wie alle. Und jetzt schalte ich mal rum. So sieht diese Rolle aus. Für alle, die nicht wissen, wie man so etwas handelt, werde ich es Ihnen gleich zeigen. Aber ganz kurz Hinweis. Das ist Togoleder. Togoleder ist ein feingenabtes Kalbsleder. Innen ist Alcantara. Und im Gegensatz dazu, was viele denken, ich eine Zeit lang auch, ist Alcantara kein Leder, sondern Alcantara ist eigentlich ein Markenname für Mikrofaserstoff. Das heißt, hier ist Mikrofaserstoff drin, der generell als pflegeleichter gilt. Wir haben innen ein angenähtes Patch. Hier auch nochmal wunderschön mit dem Markennamen Leinbach und mit dem eigens entwickelten Logo. Die Funktionsweise ist in dem, diese Kissen sind wie in vielen Rollen. Sie merken schon einen kleinen Nachteil. Kommen wir aber gleich nochmal dazu. Merken Sie es? Ein bisschen zum drin rumarbeiten. Ich gehe mal ein ganz klein bisschen näher dran mit der Kamera. Wird es immer ein bisschen schräg. Die Kissen sind geknöpft. Heißt, Sie haben hier an der Seite zwei Druckknöpfe. Die Kissen ebenfalls. Und dann wären sozusagen die Kissen hier völlig beweglich drin. Was wir hier auch haben. Dieses äußere Teil ist angenäht. Das Leder ist durchgehend. Die Naht ist hier durchgehend, sodass hier eigentlich theoretisch nichts ausreißen und nichts ausbrechen kann. Aber ich kann hier leider keinen Langzeittest machen, sage ich mal so. Dann nehmen Sie dieses Kissen raus. Das Besondere dabei, sage ich jetzt von vornherein bei Leinbach, ist, dass es diese Kissen in drei verschiedenen Größen gibt. Das ist eine Kissengröße M. Es gibt es noch in L und in S. Das dient dazu, weil Sie müssen wissen, diese Kissen sind aufgebaut natürlich sehr, sehr weich. Das kennen Sie. Aber innen ist ein Pappe- bzw. Holzkern, sodass die Biegsamkeit nur bis zu einem bestimmten Maß ist. Die Uhr wird draufgespannt. Und gerade bei sehr kleinen Uhren, oder Sie merken es hier bei M, da wäre für mich jetzt vielleicht schon sogar L notwendig gewesen. Es verrutscht ein ganz klein bisschen. Ich habe einen Handgelenksumfang von 18,5. Also da wäre schon das größere Kissen letztendlich notwendig gewesen. Gerade für Damenuhren dann das kleine Kissen. Wenn Sie Uhren mit integrierten Stahlbändern tragen, Rolex, Breitling oder wie ich hier diese wunderbare Dugena, ist das auch fast, naja, ich sage mal, die optimale Möglichkeit, eine Uhr wirklich aufzuspannen. Das Ganze wird dann zurückgesetzt, Heißt, in das Kissen nochmal drangeklackt, nochmal drangeklackt und schon sind wir fertig. Heißt, beim mittleren Kissen ist es dann ganz genauso. Es ist teilweise ein bisschen Fummelkram. Man muss es dann abmachen. Man muss es letztendlich auch nochmal reinmachen. Und auch hier nochmal, wenn Uhren dran sind, ist es manchmal ein bisschen mühselig. So hat sich das Ding. Zwei Druckknöpfe. Zwei wirklich sehr gute, stabile Druckknöpfe. Das hören Sie auch schon. Auch von der Qualität der Druckknöpfe können Sie das hier sehen. Ich habe es vorhin schon gesagt. Das Patch ist ein Genäht. Ansonsten Alcantara und außen Togoleder. So, das zu dieser Rolle. Mein Uhr ist im Moment weg. Schwuppdiwupp. Kommen wir zur zweiten Rolle. Das ist diese wunderschöne grüne Rolle. Das war übrigens die einzige Rolle. Sie werden auch gleich sehen, warum. Auch das hier ist Togoleder. Und das Interessante bei dieser Geschichte, also dieses feingenarbte Leder, das muss man jetzt einfach nochmal zum Unterschied. Das ist ein bisschen glänzender. Das ist ein bisschen offener. Das hört sich auch anders an. Mal ganz blöd gesagt. Aber vielleicht hören Sie es. Ich gehe mal sehr nah ans Mikro, damit Sie auch wissen, was ich meine. Wahrscheinlich wissen Sie es nicht. Es ist aber auch so ein bisschen eine haptische Geschichte. Das ist ein bisschen rauer. Spürt sich ein bisschen mehr wie Leder an. Das ist ein bisschen glatter. Aber das ist nur ein völlig persönlicher Eindruck. Deswegen absolut wurscht egal. Ansonsten haben wir bei dieser Uhrenrolle hier auch nochmal das geprägte Logo. Wobei ich jetzt so minimals den Eindruck hatte, aber das liegt wahrscheinlich an den drei Buchstaben, dass es ein bisschen schräg ist und dass auf der einen Seite das T, wie man es auch hier drin sieht, auch hier im Patch, die linke Seite ein bisschen schwächer geprägt ist als die rechte, aber auch hier das Patch vernäht. Auch hier zwei Druckknöpfe. Und jetzt werden Sie langsam merken, Moment mal, die Druckknöpfe kenne ich doch. Auch die Zweierkonstellation kenne ich. Auch ein bisschen die Form. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ansonsten haben wir hier innen Wildleder. Das heißt, das hier ist auch die einzige Uhrenrolle, die, als ich sie in Händen hatte und auch meine Frau, wenn man dran riecht, auch wirklich nach Leder riecht. Also das haben Sie hier, das haben Sie bei dieser Uhrenrolle und bei den anderen Uhrenrollen nicht, weil da kein Leder drin verarbeitet wurde. Sondern wie gesagt, bei Leinbach ist Alcantara drin. Sie sehen das auch ein bisschen, nochmal umschalten, Sie sehen das auch ein bisschen, der Nachteil davon ist, dass Sie hier, wo die Zwischenstege eingesetzt sind, man natürlich auch ein bisschen Abdrücke im Leder sieht. Wie Sie das auch von Wildleder kennen, das hat halt einen gewissen Strich. Sieht man es? Ja, das kennen Sie ja von Wildleder. Das mögen sehr viele Leute, weil sie sagen, das sieht sehr, sehr wertig aus. Auf der anderen Seite, naja, mögen sie es nicht. Was bei beiden ein bisschen der Fall ist, das sehen Sie auch nochmal hier, Man sieht es hier weniger, nur minimal. Bei dieser Uhrenrolle drücken sich erkennbar die Druckknöpfe ein bisschen mehr ab. Aber wir reden hier über Mäkel auf sehr, sehr hohem Niveau. Ansonsten, die Funktionsweise ist natürlich absolut dieselbe. Und, wenn man sich dann die Details anguckt, die ich Ihnen vorhin genannt habe, auch die Art des Vernähens, die Größe des Patches, Sie können sogar, ich habe es probiert, die Nähte nachzählen, die sind irgendwie gleich. Die Druckknöpfe von der Qualität her, die Festigkeit dessen, mit denen ich die da reinmache, die Bedienbarkeit, die muss ich Ihnen jetzt hier nicht mehr erklären, erklären, die ist auch hier absolut gleich. Daher sehr, sehr gut, diese beiden Rollen miteinander zu vergleichen. Ich würde fast schon sagen, miteinander zu verwechseln. Warum sehen diese beiden Uhrenrollen so extrem gleich aus? Der Frage werden wir gleich. Gleich, nochmal nachgehen. Nach der kurzen Werbepause, nein, haben wir natürlich keine. Ich muss nur die Uhr rausholen, um Ihnen die nächste Funktionsweise zu erklären. Ansonsten, Sie sehen es sehr, sehr ähnlich. Die beiden tue ich mal zur Seite. Und jetzt komme ich zu der Rolle von Klaus Botter. Von der Beschreibung her auf der Internetseite steht ein bisschen weniger drin. Natürlich ist es eine Echtlederrolle. Alle vier sind eine Echtlederrolle. Hier ist die Prägung von seinem Logo Echtleder. Innen steht dann so schön drin Velourleder-artiges Innenfutter. Das Erste, was Sie erkennen, es ist von der Funktionsweise her und vom Schnitt anders. Zweitens, es sind vier Druckknöpfe verarbeitet. Es sind auch andere Druckknöpfe verarbeitet. Also nicht, dass einer sagt, ja, es gibt nur eine Art von Druckknöpfen. Nein, das ist es nicht. Der wichtigste Teil ist, dass der untere Teil, oder eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, dass dieses untere Teil an die Zwischenstege drangenäht ist. Das hier ist alles fest. Jetzt fragen Sie sich, wie kriege ich jetzt die Uhren auf diese Kissen? Da gibt es eine ganz einfache Methodik, denn diese Kissen kann man rausschieben über diese Stege und über diese Nut. Sie sehen es hier sehr gut. Das heißt, Sie können es rein- und rausschieben. Heißt, dass natürlich auch hier das Bestücken mit der Uhr relativ flott, mache ich so rum, dann sieht es ein bisschen schöner aus, relativ flott vonstatten geht. Das hier scheint ein bisschen ein größeres Kissen zu sein, denn Sie merken, hier sitzt die Uhr richtig fest. Und das ist das, was ich gemeint habe mit dem Druck. Ein bisschen geht. Allerdings, wenn Sie jetzt hier 15 cm Handgelenksumfang machen würden, dann kämen Sie an die Grenzen, weil natürlich auch hier innen ein Kern ist. Und dann setzen Sie dieses Kissen ein und schon ist es drin. Da sind wir jetzt in einem Bereich, bei dem ich ganz klar sage, von der Funktionalität gefällt mir das hier wesentlich besser. Das Innenleben aus diesem Velour-Leder-ähnlichen Stoff, also Wildleder, es ist irgendein Synthetikstoff. Auch hier sieht man ein bisschen die Abdrücke, sage ich mal so. Ja, kann man mögen, muss man nicht mögen, ist ein bisschen hochfloriger. Meine Frau sagte direkt, dass bei wirklich heftiger Benutzung wird sich das relativ flott abschaben. Ja, mag sein. Aber nochmal, was mir hier direkt aufgefallen ist, und ich habe es deswegen nicht gekauft, sondern ich habe es erst später gesehen, ist wirklich diese Funktionsweise mit den Stegen, die man rein und raus machen kann. Etwas, was ich richtig gut finde, weil es von der Stabilität her viel dafür spricht und weil es keine ewige Fummlerei ist. Noch ein Punkt, den ich sehr, sehr interessant finde. Sie merken, ich gehe nochmal auf die andere Rolle, Sie merken bei diesen Rollen, bei beiden Rollen, auf Nachfrage hier, innen ist Karton verklebt und verarbeitet. Das ist ein relativ kräftiger, dicker Karton. Sie merken es auch, Sie merken es auch, dass es halt auch immer wieder zurückschnellt. Das heißt, von der Flexibilität ist das hier ziemlich, so, ist das hier relativ hart. Bei der Uhrenrolle von Klaus Botter ist das ein bisschen anders. Und damit haben wir hier einen wunderbaren Effekt, der bei keiner der anderen Uhrenrollen gegeben ist. Wenn ich nämlich meine Uhren nicht nur transportieren, sondern auch präsentieren möchte, dann gibt es diesen kleinen Trick. Ich kann, weil das hier ein wesentlich weicheres Leder ist, ich kann diese Uhrenrolle so hinstellen und schon kann ich die Uhren in dem Sinne wirklich wunderbar präsentieren. Und dann auch immer noch dieses Kissen rausnehmen oder drinlassen. Das halte ich für sehr, sehr spannend, denn bei vielen Uhrentreffen, bei vielen Uhrentreffen oder Uhrenbekloppten Treffen, bei Community-Treffen ist es so, dass diese Uhrenrolle natürlich dafür benutzt wird, um die Uhren zu transportieren, schön zu präsentieren. Aber letztendlich muss dann immer jemand da stehen, der alle rausholt, weil wir halt diesen Effekt haben, dass es heißt, ja, du kannst jetzt hier mal gucken und guck dir das an und so sieht es aus. Aber die Hälfte ist immer geschlossen. Das ist halt ein bisschen anders. Deswegen finde ich das wesentlich spannender und interessanter. So, die vierte Uhrenrolle, die ich habe, die ist von Asfert. Die ist eigentlich nach demselben Prinzip wie die Uhrenrolle von Botter. Auch hier haben wir diese einzuschiebenden Teile. Hier haben wir dieses Echtleder mit Innenfutter, so wie es beschrieben wird. Und wir haben auch hier in der Funktionalität genau die Kissen, die man rein- und rausschieben kann. Also hier auch in der Art und Weise sehr, sehr vergleichbar mit der Box von Klaus Botter. Warum erzähle ich Ihnen das so im Detail? Warum zeige ich Ihnen das? Weil wir jetzt natürlich zum nächsten Punkt kommen. Und zwar zu den Preisen. Vorab aber zwei Dinge noch zum Erklären. Und zwar wo und wie, warum diese Uhrenrollen produziert werden und wer sie letztendlich produziert, bevor wir dann zu den Preisen kommen. Ich fange nochmal an mit der Leinbach-Uhrenrolle. Kai erklärt ganz klein in seinem Video, dass diese Uhrenrolle in Indien produziert wird. Dass er einen deutschen sozusagen Vertragspartner hat, der, was normal üblich ist, wenn man in Asien oder Indien oder in einem anderen Land produzieren lässt, dass man mit über einem deutschen Vertragspartner, Handelspartner, der dort Kontaktpersonen vor Ort hat, Ware einkauft, Muster versendet, weil man der Sprache nicht mächtig ist und weil man einfach dort keine Ansprechpartner hat. Diese Rollen werden in Indien produziert und mit einem Vertragspartner und mit rein rechtlichen Geschichten, die dort vor Ort sich um alles kümmern auch. Und das war das Erste, als ich das gehört habe, wo ich dann dachte, Indien ist relativ weit weg. Nach Rücksprache mit Kai hat er mir dann auch versichert, nein, er hat seinen Vertragspartner auf die Arbeitsbedingungen angesprochen und er hat sich Nachweise zeigen lassen, liefern lassen, auch in Form von Bildern, wie denn dort die Arbeitsbedingungen sind und die würden dort alle oder die halten dort alle die arbeitsrechtlichen Bedingungen, wahrscheinlich die üblichen vor Ort, werden dort eingehalten etc. Ist also ein Thema, um was er sich auf jeden Fall gekümmert hat. Anders ist es bei der Uhrenrolle von The Wrist Guy von Burak. Burak lässt in der Türkei produzieren, aus einem sehr einfachen Grund, weil er natürlich, der Name verrät es, ein bisschen familiäre Bande nach Istanbul hat und dort auch jemand, den er sehr gut kennt, ich glaube sogar Verwandtschaft, der in der Lederverarbeitung arbeitet, für ihn produziert. Ihr könnt, jetzt habe ich eigentlich von Kai und von Burak geredet, Sie können, wir bleiben hier mal ein bisschen beim Sie-Abstand, Sie können natürlich bei Burak auf der Internetseite nachgucken, er hat vor einem halben Jahr, glaube ich, ein Video dazu gemacht, hat gefilmt, die Produktionsstätte ist da reingegangen, hat genau gezeigt, wie das Ganze produziert wird, mit welchem Leder, wie die Auswahl ist etc. Also da ist es schon sehr transparent, für ihn natürlich relativ einfach zu sagen, ich bin sowieso ab und zu familiär dort, also habe ich in der Türkei auch eine Produktionsstätte. Die Türkei, die übrigens als eine der besten und größten Produktionsstätten für Lederwaren gilt. Also auch von der Qualität her, von allem drum und dran. Das, was ich dann bei der Rolle von Botter mehr oder weniger herausfinden konnte, das ja nicht so ganz klar ist, wo produziert wird. Es wird in Europa, aber auch in Asien produziert. Wie komme ich jetzt da drauf? Weil diese Informationen sind auf der Seite von Klaus Botter gar nicht drauf. Aber wenn wir uns jetzt die Packages angucken und da komme ich dann gleich zum nächsten Schritt vorweg, wenn wir uns die Packages angucken, dann bin ich der Sache so ein bisschen auf die Schliche gekommen, ohne dass er es jemals versteckt hat. Wie denn und wo und was denn da produziert wird? Ich zeige Ihnen noch ein ganz kleines bisschen, wie denn diese Uhrenrollen zu mir kamen. Und ich beginne mal nochmal mit der blauen Uhrenrolle von Leinbach. Ich halte nochmal um. Da haben wir das Paket. Das ist die Box. Sieht man es so rum? Ja. Eine wunderschöne Box von Leinbach. Ein Karton. In diesem Karton war dieses Leinensäckchen. Das Leinensäckchen hat seinen Namen von Leinbach. Deswegen auch Leinensäckchen. Bei The Wrist Guy ist es ein Wristsäckchen. Auch mit dem eingenähten Patch. Da war das dann drin. Und was ich noch fand, erstens zwei Dinge dazu, was er vorher beim Verkauf auch angekündigt hat. Wer sich hat vormerken lassen für die Uhrenrolle, dem wurden zwei Cases versprochen. Das sind zwei Sports Cases, wie er es nennt, von seiner eigenen Produktion. Und von Watchweiss. Deswegen die. Eigentlich sollten es, solange der Vorrat reicht, zwei Leder-Pouches sein, die ein bisschen wertiger waren. Aber ich war anscheinend ein bisschen zu spät. Es gab diese beiden oben drauf. Kann man im Netz nachgucken, was sowas normalerweise kostet. Das gab es dazu. Und dieses wunderbare Schreiben, das Kuvert. Das zeige ich Ihnen jetzt nicht, weil er mir da irgendetwas Nettes geschrieben hat. So, da steht Hallo Bernhard. Aber weil er immer alle mit Vornamen anspricht. Und er ist nun mal so. Und das Interessante bei dieser Geschichte, was er natürlich auch in dem einen oder anderen Video schon mal gesagt hat, was es zu seinem Preis dazu gibt, sind Extras, Sternchen, im Wert von über 500 Euro. Einen 100 Euro Protect Your Watch Gutschein. Einen 300 Euro Gutschein für meinen nächsten Uhrenkauf bei Max Rotfuß. Er hat da also auch einen weiteren Partner dabei. Und ein kostenloser Zugang zur Warteliste Masterclass. So, heißt also, da sind noch Zugaben für 500 Euro insgesamt diese zwei Dinge. Da reden wir aber gleich noch mal drüber. Das ist das Package, wie es von Leinbach kommt. Das Package, wie es von The Wrist Guy kommt, ist ein sehr ähnliches. Das sieht so aus. Hier haben wir die Box. Hier haben wir die Prägung. Hier haben wir das Leinensäckchen. Und das war es dann auch schon. Ich kann schon mal eins vorwegnehmen. Das Spannende ist, dass bei beiden eins fehlte, im Gegensatz zu allen anderen. Es fehlte die Rechnung. Es war keine Rechnung drin und die musste ich erst noch mal anfordern. Für mich persönlich sind Rechnungen wichtig, auch als Garantienachweis. Aber weil ich es ja auch zumindest absetzen könnte, sage ich mal so, wenn ich es für Uhren benutze, als Händler für mich selbst, waren nicht dabei. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Da musste ich also ein bisschen rumsuchen und nachfragen und darum bitten, dass man mir noch eine Rechnung zusendet. Bei anderen war das dann ein bisschen selbstverständlicher. Gehen wir weiter zu der Box von Klaus Botter. In der Box von Klaus Botter, da ist ein Aufkleber drauf und da ist auch so ein Säckchen drin. Und dann ist mir aufgefallen, dieses Säckchen, da steht Daily Watch drauf. Da werden wir gleich aber noch dazu kommen, wenn wir über die Preise reden. Sie merken schon, jetzt wird es langsam spannend. Und dann fehlt noch die letzte Box, und zwar die von Asphalt. Das ist die wunderschöne Box von Asphalt. So wurde das geliefert. Auch hier gibt es ein Innensäckchen aus diesen wunderbar transparenten Leinen, was man hier reinstecken kann. Eine schöne Box, auf der individualisiert auch mein Name draufsteht. Wunderbar. Das mal dazu. Und jetzt haben Sie schon so ungefähr eine Ahnung, wenn wir zum Thema Preise gehen, in welche Richtung das Ganze denn läuft. Nachdem ich hier nochmal ein Glas Wodka zu mir genommen habe. So, beginnen wir. Wir beginnen als allererstes mit der Uhrenbox von Leinbach, also von Kai Leingang. Dieses wunderschöne Teil, was ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe. Kommen wir zum Preis. Der Preis liegt bei 499 Euro. Dafür kriege ich die Box, dafür kriege ich ein Leinensäckchen, dafür kriege ich auch diese beiden Sport Cases, die ich nicht bestellt habe. Und, wie er immer so schön sagt, diese Zugabe für 500 Euro. Ganz ehrlich, in einer Preisgestaltung kann man diese Zugaben über Gutscheine in keinster Art und Weise mit einrechnen. Ich hätte jetzt auch dreimal 500 Euro Gutschein reinmachen können für den Verkauf von irgendwas. Also Gutscheine sind für mich kein wirklicher Warenwert. Ich brauche weder die Masterclass, noch brauche ich Uhrenschutzfolien, noch will ich mir jetzt unbedingt eine Uhr von Willi Rotfuß kaufen. Also daher, das ist nice to have. Das ist eine schöne Geschichte. Wunderbar. Das kann der eine oder andere nutzen. ist überhaupt gar kein Ding. Aber zum Gegenrechnen, wie er es auch ein, zweimal in den Videos gemacht hat, dafür bekommen Sie ja auch das und das und das. Wenn ich es nicht bestellt habe, ist es völlig wurscht egal, ob ich das letztendlich bekomme, ja oder nein. 499 Euro für dieses wunderschöne Teil. Nächste. The Riss Guy. Sie erinnern sich dran, diese Uhrenrolle ist eigentlich von der Machart, von der Größe, ich zeige sie Ihnen noch einmal nebeneinander, also von der Machart, von der Größe, von den Nähten, gut, das sind jetzt natürlich verschiedenfarbene Nähte, es ist ein ähnliches Leder, von der Innenausstattung, von den Patches, von der Größe, dass sie aufgenäht sind, nicht aufgeklebt bei beiden. Wir haben absolut exakt dieselben Druckknöpfe, dieselbe Art und Weise. Natürlich ist hier Alcantara drin und hier ist Wildleder drin, aber ansonsten sind das eigentlich Zwillinge. Das ist relativ wichtig zu sagen, denn, Verwunderung, Verwunderung, die Rolle von The Riss Guy kostet ganz genau 249 Euro, heißt also genau die Hälfte. Dafür habe ich jetzt keine zwei Sportcases und dafür habe ich auch sonst keinen Gutschein gedönst, was ich nicht bestellt habe, aber ich habe eine Uhrenrolle in der für mich eigentlich absolut vergleichbaren Qualität, Achtung, Ausnahme natürlich, ich kann hier keine Kissen in verschiedenen Größen bestellen. Das muss man natürlich ganz klar sagen, ich mache mal das Bild weg, dann sind wir nämlich bei diesem Bild, das muss ich ganz klar dazu sagen, aber auch das wäre eine Geschichte, die Burak natürlich jederzeit ändern kann und unterschiedliche Kissen werden nicht unbedingt unterschiedliche Preise haben, man kann es dann bestücken und kann es dann rein machen. Nochmal, ob Ihnen das der Unterschied von 100% Aufpreis wert ist, das müssen letztendlich Sie als Kunde entscheiden. Kommen wir zur dritten Uhrenrolle und zwar ich mache das mal ein bisschen weg, die Boxen und das Ganze zu Klaus Botter. Diese Uhrenrolle von Klaus Botter, hier sehen Sie es nochmal, da ist sie auch abgebildet im Shop, kostet bei Klaus Botter 240 Euro im schön gemachten Shop. Das sind auch die Farben von Klaus Botter, das passt natürlich ganz hervorragend, also dieses Schwarz und Orange. In diesem Botter Orange, wie er so schön schreibt, Botter Blumen Orange, ist natürlich eine schöne Geschichte. Nur dann ist mir aufgefallen, Sie erinnern sich dran, als ich dann in der Box geguckt habe und ich habe dieses kleine Säckchen von Daily Watch gefunden, übrigens ganz kurz, ja, ist nice to have, aber wenn ich eine Verpackung habe, um Uhren zu schützen, brauche ich dann nochmal ein Säckchen, um die Verpackung, die Uhren zu schützen. Ich weiß es nicht und ich habe ganz, ganz viele, weil ich so ein bisschen Schuhfetisch ist, bin ich habe ganz, ganz viele von diesen Schuhsäckchen, die ich auch fast nie benutze, aber man gibt es anscheinend immer gerne dazu. Für mich ein Mehrwert von relativ null, sage ich jetzt mal einfach so. Aber dieses Daily Watch hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass ich gedacht habe, Moment mal, bei dem einen steht The Risk Guy, bei dem anderen Leinbach, warum steht da Daily Watch drauf? Also habe ich mal geguckt und mal ein ganz klein bisschen gegoogelt und dann ist mir das aufgefallen. Es gibt nämlich die Internetseite von Daily Watch, die Sie hier sehen und dort finden Sie ganz, ganz, ganz genau dieselbe Uhrenrolle, jetzt ohne persönliche Prägung, also steht nicht Botta drauf, sondern wahrscheinlich das Logo von Daily Watch und diese Uhrenrolle kostet dann dort nur 159 Euro. So, an sich kein Problem, ich habe mit Klaus Botta telefoniert, hat er gesagt, ja, ist ja kein Geheimnis, steht ja auf dem Säckchen drauf, wir kaufen die dort für diesen Preis oder für einen anderen Preis, wahrscheinlich ein bisschen günstiger, Einkauf, Verkauf und wenn die Leute dann bei uns nachfragen nach einer Uhrenrolle von Botta, dann werden sie die finden. Es steht auch bei Botta nirgendwo drauf, dass er sie selbst entwickelt hat, selbst geschneidert hat, selbst gemacht hat, überhaupt gar kein Ding, viele, viele Produkte auch, die ich habe, man kauft es ein, verkauft es wieder, da macht der Preis die Musik, wenn es möglich ist, ja, dann ist es so. Wie gesagt, er verkauft sie für 240 Euro, bei Daily Watch gibt es die für 159 Euro und jetzt fragen sie sich natürlich auf der anderen Seite, was kostet dann diese Rolle, die in derselben Art und Weise aufgemacht ist, wie die von Klaus Botta, Sie erinnern sich, ohne Druck, ja, es ist ein ganz klein bisschen einfacher, das muss man von vornherein sagen, von der Funktionalität aber letztendlich gleich, vielleicht ein ganz klein bisschen hakeliger und natürlich, wenn Sie es hier sehen, so ein bisschen im Licht, das Leder, das ist natürlich nicht so eine gute und perfekte Verarbeitung, jetzt ist ein bisschen Wasser drin gekommen, wie wir sie hier bei der Uhrenrolle von Klaus Botta haben, aber das Spannende, jetzt muss ich gucken, dass ich das Richtige finde, das Spannende ist, dass ich diese Uhrenrolle eingekauft habe bei Amazon, also bei Amazon, diese Uhrenrolle für 29,90 Euro, inklusive Versand, dafür aber mit diesem wunderbaren Karton und dieser durchsichtigen, diesem durchsichtigen Leinensäckchen, wer also nochmal Funktionalität braucht über diese Schiebedinger, wer Schutz und das Ding ist genauso massiv, wer Schutz braucht für seine Uhren und das zu einem sehr, sehr guten Preis, der muss sich dann überlegen, ohne Markennahme, ohne keinen, ohne irgendein Background hinten dran, dass es so etwas auch schon für rund 30 Euro inklusive Versand gibt. So, jetzt gehen wir aber der nächsten Frage nach und zwar der Frage, warum denn, ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt, warum denn so diese beiden Uhrenrollen sich so gleichen wie eine Uhrenrolle dem anderen und das war so ein Punkt, da habe ich mal bei beiden nachgefragt und wir haben miteinander telefoniert, weil ich wollte jetzt nicht, wer war zuerst da, Leinbach oder Ristguy oder Ristguy oder Leinbach, Henne oder Ei, keine Ahnung was und dazu muss man dann wissen, ich fasse das mal ein ganz kleines bisschen zusammen, dass ich glaube Kai Leingang hat irgendwann noch mal Uhrenrollen vertrieben von Bosporus Leather Bosporus Leather sind sozusagen der Marktführer auch in der Türkei ansässig, wie der Name schon sagt, für solche Uhrenrollen, für Accessoires, für Uhren, Koffer, Kartons, alles mögliche in dieser Kante und es ist natürlich in diesem Bereich und in vielen anderen Bereichen nicht unüblich, weil dieses Design in keinster Art und Weise geschützt ist, dass man einfach eine Uhrenrolle, die funktioniert, nimmt, sie seinem Hersteller oder Produzenten zusendet und sagt, komm, baue mir bitte dasselbe nach, was kostet sowas, das Design ist nicht geschützt, das ist funktional. Bei Buak ist es so, dass er ganz klar gesagt hat, ja, das führt sich einfach zurück auf die Vorlage von Bosporus, weil alle letztendlich bei Bosporus, weil sie das kennen, auch ein bisschen abgeguckt haben. Dazu muss man dann sagen, muss ich mal gerade gucken, so sieht eine Uhrenrolle von Bosporus aus und dann sehen sie auch schon ganz klar, es gibt ja auch die zwei Druckknöpfe, es gibt die Art des Leders, ansonsten alles gleich. Diese Uhrenrolle kostet 299 Dollar, wenn man sie bei Bosporus Leather bestellt. Das mal nur im Vergleich. Wie gesagt, die Uhrenrolle von The Wrist Guy 249, die von Leinbach 499 Euro, eine Uhrenrolle, die letztendlich sehr, sehr ähnlich der aussieht. Kai Leingang hat mir geantwortet, ich zitiere, der Grund für die Ähnlichkeit der Rollen liegt vermutlich darin, dass das Produkt an sich ja jetzt keine Neuheit ist, vollkommen recht, es gibt sicherlich noch zahlreiche weitere Anbieter, wo die Rollen ebenfalls sehr ähnliche Maße haben. Also, ja, mehr oder weniger, es ist keine absolute Eigenentwicklung. Was dann nicht so ganz passt, muss ich auch mal sagen, ist die eine oder andere selbstsichere Aussage von Leinbach, in der man dann in Videos auch ganz klar sagt, wir haben uns alle Uhrenrollen angeguckt und wir haben sie alle verbessert und wir haben sie dann modifiziert und verbessert in vielen, vielen Punkten. Ja, wenn es das ist mit den verschiedenen Größen der Kissen, gerne, ansonsten sind die Uhrenrollen, das sieht man an beiden, anscheinend, sag ich mal so, eins zu eins nachgebaut von den Uhrenrollen von Bosporus. Wenn wir schon gerade beim Thema sind, natürlich dürfen alle Sie sich nachher melden und Meinungen zu diesem Thema abgeben, natürlich gilt das auch für meine Kollegen, für Botter, für Leinbach, genauso wie für The Wrist Guy. Wenn ich hier irgendeinen Blödsinn erzählt habe, ihr anderer Meinung seid oder gerne noch was dazu sagen wollt, schickt mir ein kleines Video, ich werde es auf jeden Fall senden. Eine Stellungnahme ganz kurz zu diesem Thema, können wir gerne machen, überhaupt gar kein Problem, dass da kein falscher Zungenschlag reinkommt. Ich kann auch im Eifer des Gefechtes einer so langen Sendung mal irgendetwas vergessen oder hier letztendlich mal falsch vom Text ablesen. Apropos falsch vom Text ablesen, falsch richtig gut handgemacht, das heißt überall, ja das sind handgemachte Uhrenrollen, es sind handgenähte Uhrenrollen, handproduziert und und und. Dazu muss man natürlich wissen, es ist jetzt nicht so, dass da sehr viele Menschen sitzen, gerade beim Nähen, die dann da sitzen mit Nadel und Faden, wie wir es in unserem Workshop für Uhrenanbänder machen und das Ganze von Hand nähen, das wäre hier auch überhaupt nicht machbar. Also das ist schon natürlich überall Maschinen genäht, trotzdem heißt es immer handgemacht, ich weiß nicht ganz genau warum, denn danach ist natürlich auch jedes Auto und jeder Porsche irgendwo handgemacht, weil Maschinen dabei helfen, aber immer noch Menschen damit arbeiten. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied liegt, das nur einfach zu sagen. Nachdem wir uns das angeguckt haben, in einer Preisklasse von 30 Euro bis 500 Euro, möchte ich das mal ein ganz klein bisschen auch so zur Seite packen und ich möchte dann die Frage stellen, gibt es Alternativen dazu? Was habe ich bisher immer benutzt? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, für drei Uhren, wenn ich jetzt auf Reisen gehe, ich fahre jetzt in Urlaub und habe einen beschränkten Platz im Koffer, dann ist das hier natürlich schon ein ziemlicher Wäscher dafür, dass ich nur drei Urnerinnen transportiere, die zwar absolut sicher sind, überhaupt gar kein Ding, aber das nimmt in einem Koffer oder auch wenn ich nur mit einem Handgepäck reise schon sehr, sehr viel Platz weg. Was ich sehr gerne dafür nehme, ich zeige es Ihnen mal gerade, ist diese Art von Uhrenaufbewahrung, das sieht man, hier ist es halt der Fall, jetzt hole ich nochmal, wo ist denn die, da ist die Uhr drin, da sieht man auch, wie das Ganze dann benutzt wird, das ist halt zum Einschieben, so mache ich das sehr gerne, so dass man die Uhren hier einschieben kann, das geht also, natürlich geht es für Uhren mit Lederbändern umso besser, das Ganze wird umgeklappt, wird nachher zusammengeklappt und wenn Sie vier Uhren drin haben, dann haben Sie halt von der Fläche und von der Größe halt nur diesen Teil finde ich ein bisschen für mich persönlich ein bisschen praktikabler, wenn Sie es in den Koffer reinmachen, so zwischen die Unobuchsen mal irgendwo klemmen, nimmt es ein bisschen weniger Platz weg, das ist also etwas, was ich sehr mag, das gibt es auch als Dreier, da kriegen Sie so was zu kaufen in der Größenordnung, handgemacht in Deutschland für, schieß mich tot, 130 Euro, 100 bis 130 Euro, auch für verschiedenste Größen, wenn Sie große Uhren haben, Panerei, etc., etc., oder diese klassische Watch Pouch, die wir ja auch hier kennen, für eine einzige Uhr, auch wunderbar geeignet mit dem Inlay, um es nochmal umzuschalten, für Uhren mit einem Stahlarmband, die dann so draufgeschnallt werden, damit, dieses Zwischenteil ist dafür da, damit natürlich das Band hier nicht an der Rückseite scheuert, und dann können Sie das Ganze rein machen, und dann können Sie es auch ganz lieb und nett letztendlich transportieren. So, und dann habe ich Ihnen vorhin was angekündigt, und jetzt absoluter Trommelwirbel, es gibt natürlich noch eine Methodik, eine absolute Insider-Methodik, das ist diese, ich habe Ihnen vorhin gesagt, warum diese Socke höchstwahrscheinlich irgendwann der absolute Preiskiller zu allem sein wird, das hat einen sehr einfachen Grund, denn diese Socke, da ist diese Socke, diese Socke ist nichts anderes als eine Uhrentransportsocke, ohne Scheiß, Sie nehmen Ihre zusammengelegten Socken, packen hier die Uhr rein, und sie ist wunderbar und absolut sicher, Sie haben es gemerkt, ich habe es jetzt natürlich hinten mit der Schließenseite gekloppt, aber auch hier, je nachdem, kaufen Sie sich halt dicke Socken, dann wird das auch einigermaßen funktionieren, das ist eine Möglichkeit, die wirklich sensationell ist, die habe ich irgendwann mal rausgefunden, irgendwo gelesen, ich weiß es nicht mehr, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, aber wenn Sie jetzt der Meinung sind, Herr Strom ist natürlich immer der Erste, der dann sagt, ja, daraus machen wir ein Geschäft und werden Millionär, ich habe sie entwickelt in Zusammenarbeit mit Schießer, die Marke Secret, die Uhrentransportsocke, so sieht sie aus, die gibt es natürlich in verschiedenen Designs, die werde ich wahrscheinlich auf den Markt bringen, diese Socke wird kosten, 299 Euro, wenn Sie zwei oder drei der vier Paar nehmen, sind wir auch 249 Euro bei drei Paar, das heißt, dass Sie dann Uhrentransportieren, noch eine Nummer teurer und exklusiver als das bei The Risk Guy und bei Kai Leingang möglich ist, aber dafür haben Sie eine Doppeltnutzung, denn die Uhrenrolle, die können Sie sonst nirgendwo hinrollen, meine Socken können Sie zwischendurch noch anziehen, wenn Sie was von der Idee halten, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ich komme ganz kurz zur sehr, sehr persönlichen Wertung. Ich habe Ihnen jetzt gezeigt und die Entscheidung überlasse ich natürlich Ihnen, weil Sie können das Ganze jetzt kaufen, ja oder nein. Ich habe Ihnen gezeigt, vier Uhrenrollen zwischen 30 Euro und rund 500 Euro. Ich sage mal so, die Frage, die ich anfangs gestellt habe, ist dabei die absolut perfekte Uhrenrolle oder ist es die beste Uhrenrolle, die auf dem deutschen Markt ist? Das ist eine Frage beziehungsweise keine Frage, sondern eine Aussage von Leinbach. Das ist die Meinung von Kai, sei dahingestellt. Ist dem so? Ich muss von vornherein sagen, nein, ist es nicht, weil es ist eine tolle Uhrenrolle. Es ist eine wirklich sehr durchdachte, tolle Uhrenrolle, aber zu einem Produkt gehört auch immer der Preis. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist jetzt natürlich mit 100% teurer als zum Beispiel bei The Wrist Guy eine fast absolut vergleichbare Geschichte. Ja, da gibt es noch ein paar Add-ons, aber über die reden wir nicht. Das ist schon wirklich hardcore. Das ist aber absolut legitim. wenn es verkauft wird, ist es super. Punkt Nummer 1 Preis-Leistungs-Verhältnis. Punkt Nummer 2 Lieferbarkeit, denn Kai macht das natürlich sehr, sehr Marketing geschickt über Newsletter, über Ankündigung, über Video. Er hat halt unheimlich viele Follower und mit geschickt meine ich, das meine ich absolut positiv. Und damit war eine Auflage, die er mir nicht nennen wollte, was die erste Auflage der Uhrenrollen war, sehr schnell innerhalb weniger Tage komplett vergriffen. Heißt, das ist an sich kein Problem, aber weil in Indien produziert wird über einen deutschen Vertragspartner, ist es in den nächsten drei bis vier Monaten nicht möglich, wirklich noch mal Ware auf den Markt zu bringen. Sprich, ich bin weit außerhalb und das ist für mich dann die Verfügbarkeit, die nicht da ist. Das ist für mich dann so ein Punkt, wo ich sage, nee, das gibt Punktabzug. Zusätzlich zu dem hohen Preis dann noch das, das gibt Punktabzug. Also das ist es nicht unbedingt und dass die Gutscheine jetzt nicht unbedingt den Preis aufwerten, habe ich Ihnen schon gesagt. Das heißt, meine kurze Wertung, super Uhrenrolle mit den genannten Mankos, die ich gerade schon gesagt habe, Preis und Lieferbarkeit. Super Uhrenrolle, die von der Verarbeitung her ganz genauso gut ist, kleiner Nachteil gegenüber der anderen, Nachteil in Anführungszeichen, wenn man es braucht, die nicht flexible Größe der Kissen. Super Uhrenrolle, die von Material, der Qualität, der Anmutung natürlich auch in dem selben Preissegment liegt, wie die von The Wrist Guy, da allerdings lange nicht mithalten kann. Dafür für mich aber wirklich die bessere Mechanik hat mit diesen einschiebbaren Kissen. Das finde ich einfach klasse. Die hat eine sehr, sehr große Nutzung. Letztendlich einfache Uhrenrolle zu einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie was brauchen, mit dem Sie einfach nur transportieren und nicht angeben wollen auf dem nächsten Uhrentreffen, ist das natürlich eine absolute Überlegung wert. Und wenn die Ihnen in zehn Jahren auseinanderfällt und Blasen schmeißt, ist es letztendlich auch völlig wurscht egal. Und dann möchte ich noch, bevor wir zu der Verlosung kommen, eine Anmerkung machen. Sie haben es vorhin gemerkt und das ist so ein bisschen persönliches Anliegen von mir. Sie haben es vorhin gemerkt, ich habe davon gesprochen, dass in der Türkei produziert wird, dass in Europa und Asien produziert wird, dass in Indien produziert wird. Wir reden hier von einem absoluten Luxussegment. Ware, die eigentlich keine Socke braucht, die sehr, sehr hochwertig verarbeitet ist für 250 Euro, bis 500 Euro. Ist es da nicht möglich, dass wir, nehmen wir jetzt mal diese ganze CO2-Fußabdruck- Geschichte oder Arbeitsbedingungen, ich will keinem da irgendwas vorwerfen, aber bei mir klingeln da immer ein bisschen die Alarmglocken. Und ja, die Arbeitsbedingungen auch in der Türkei werden ein bisschen anders sein wie bei uns. Die Arbeitsbedingungen in Indien werden ein bisschen anders sein, als sie letztendlich bei uns sind. Ist es nicht möglich, dass wir qualitativ vergleichbare Uhrenrollen auch in Deutschland herstellen können und vertreiben? Sind wir als diejenigen Uhrenbekloppten, die dazu bereit sind, 250, 300, 400, 500 Euro für eine Uhrenrolle auszugeben, sollten wir nicht vielleicht mal ein bisschen Wert drauflegen und sagen, gucken wir mal an, was wir hier, es muss nicht regional sein, aber zumindestens, dass wir es hier mal in Deutschland kriegen, damit die Lieferwege ein bisschen kürzer sind, Arbeitsplätze, alles was damit zu tun hat. Ich habe dann versucht, mich ein ganz klein bisschen schlau zu machen und ob es das überhaupt gibt und da ist mir eins aufgefallen, das ist diese Internetseite von Fluko. Fluko bietet hier eine sehr ähnliche Uhrenrolle, Sie sehen sie, eine sehr ähnliche Uhrenrolle für drei Uhren, auch mit zwei Knöpfen, mit allem drum und dran, an für einen Preis von reduziert im Moment 220 Euro. Und Fluko beschreibt in dem Text dazu, dass diese Uhrenrolle in Deutschland produziert wird. A, ich kann es nicht nachkontrollieren, sage ich mal so, weil dafür war die Zeit jetzt zu knapp, ich bin erst relativ spät vor der Produktion darauf eingestiegen. Ich kann es nicht nachkontrollieren, ich kenne auch nicht die Qualität dieser Rolle, aber wenn ich sehe, was man hier alles machen kann und dass die sehr, sehr ähnlich sind, für 220 Euro eine Uhrenrolle in Deutschland, sollte man sich einfach mal überlegen, von Seiten auch anderer Produzenten oder Anbieter, sind ja keine Produzenten, ob wir nicht in Deutschland in diesem absoluten Luxussegment für Uhrenrollen auch in Deutschland produzieren können. Das wäre mir ein kleines Anliegen, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. So, und jetzt kommen wir zum guten Schluss, zur Verlosung dieser Uhrenrollen. Und zwar, Sie können, damit es nicht unfair wird und damit sich nicht alle auf die eine stürzen oder auf die andere stürzen, es sind insgesamt diese drei Uhrenrollen, die Sie gewinnen können von Leinbach, von The Wrist Guy und von Botter. Die können Sie gewinnen. Damit nachher keiner sagt, jetzt habe ich mir ein Los gekauft, mache damit und habe nachher nur die billige Uhrenrolle gewonnen, machen wir es anders, zu der kommen wir auch, die können Sie auch gewinnen. Wie funktioniert das? Ich möchte noch mal ein kleines Gewinnspiel machen, bei dem vor allen Dingen Kinder partizipieren. Das heißt nämlich, Sie kennen das, ich habe schon das eine oder andere, die eine oder andere Spendenaktion gemacht und zwar für die Herzenssache, für die Kinderhilfe, die kenne ich, denen habe ich schon einiges überwiesen, wir haben da schon ein bisschen was gemacht und das Geld geht auch diesmal wieder an die Herzenssache. Und zwar funktioniert das so, dass Sie sich, Sie wissen, Glücksspiel in Deutschland ist verboten, ich kann Ihnen für 10 Euro kein Los verkaufen, weil das wäre Glücksspiel, damit Sie gewinnen. So kaufen Sie etwas anderes. Sie gehen, den Link habe ich unten in der Uhrenbeschreibung, aber hier sehen Sie es auch an der Seite, bei mir auf einem Accessoire-Shop, auf einem Bender-Shop und dort können Sie einen Einkaufsgutschein kaufen für 10 Euro. Den können Sie natürlich auch einlösen bei mir, bei all meinen Shops, ob eine Uhr, ob ein Band, ob irgendwas anders, völlig wurscht, egal. Diese 10 Euro sind sowieso überhaupt nie verloren. Das heißt aber, die Mitmachbedingungen sind sehr einfach. Unter alle denen, die einen Einkaufsgutschein bei mir kaufen, für 10 Euro, verlose ich diese drei Uhrenrollen. Sie können keine Wünsche äußern, wer was wie warum. Ich bin der Meinung, es sind drei sehr unterschiedliche, teilweise sehr gleiche Uhrenrollen mit sehr unterschiedlichen Preisen, die ungefähr alle im selben Wert sind, im selben Nutzungswert sind. Daher mache ich da keinen Unterschied. Das heißt, für 10 Euro gewinnen Sie, das ist ein Gesamtgewinn im Wert von 1000 Euro und alles, absolut, absolut alles, was reinkommt. Ich schmeiße also die 1000 Euro, die ich ausgegeben habe, im Vorfeld natürlich auch mit in den Pott. Alles, was von Ihrer Seite reinkommt, wird nichts für mich bezahlt, sondern geht eins zu eins. Dann an die Aktion Herzenssache. Deswegen mitmachen, und zwar genau eine Woche lang bis zum 20. bis dahin können Sie Einkaufsgutscheine, können Sie kaufen und damit kommen Sie in den großen Losport. Und Sie haben die super schöne Chance für wenig Geld, so eine tolle Uhrenrolle zu gewinnen. Sie können natürlich auch mehrere Gutscheine kaufen, überhaupt gar kein Ding. Sie können auch 5, 6, 7, 8, 9 Gutscheine kaufen. Das müssen Sie laut System bitte immer einzeln machen, damit Sie nachher ordentlich in der Verlosung drin sind. Es geht jetzt nicht, dass Sie 5 Gutscheine auf einmal kaufen, sondern dann einfach 5 Mal anklicken, mit Paypal bezahlen oder Überweisung. Völlig wurscht, egal. Und dann sind Sie letztendlich im Pott. Und jetzt, ach so, für alle die, die sagen, nö, bin ich zu knickig, ich mach das nicht mit und was weiß ich, was der Strom da alles mit meiner Knete macht, unter allen, die die kommentieren, unter diesem Video verlose ich diese Uhrenrolle. Das heißt, diese wunderschöne Uhrenrolle im Gesamtwert von 29,90 Euro werden alle die verlost, die einfach unten jetzt mal einen Kommentar reinschreiben, mir sagen, was Sie davon halten von Uhrenrollen, allgemein, wie viel Sie von meinen Secret Uhrentransportsocken schon mal vorbestellen wollen, sodass wir die in die Produktion geben können. Alles, was damit zu tun hat. Allerletzte Geschichte ist, da ich natürlich davon ausgehe, liebe Kollegen und alle die, die ihr hier Uhrenrollen produziert und in den Markt bringt, ich habe eure drei Uhrenrollen hier vorgestellt und sie haben alle wirklich gut abgeschnitten, das sind tolle Produkte. Das war Sinn und Zweck. Dies ist keine Dauerwerbesendung, denn ich habe sie alle bezahlt. Aber es wäre schön, wenn ihr euch an dieser Spendenaktion beteiligt, heißt, ich weiß nicht, wie viel Marge ihr an einer Uhrenrolle habt. Das ist mir auch absolut völlig wurscht egal, aber es wäre wunderbar. Meine PayPal-Adresse paypal.herrstrom.de übrigens können auch alle, die nichts gewinnen wollen, sondern einfach nur genau für die Herzenssache mit dem Stichwort Herzenssache was spenden wollen, paypal.herrstrom.de und wie gesagt, sehr geehrter Herr Botter, lieber Kai, lieber Burak, ich lasse diese Rolle mal außen vor, da habe ich keinen direkten Ansprechpartner. Es wäre doch schön, wenn Sie einfach sagen, okay, ich nehme die Marge, sodass ich auf jeden Fall, dass Sie, die ihr auf jeden Fall die Kosten drin habt, ich nehme die Marge, die ich habe, also den Gewinn und spende denen und auch für diese gute Geschichte. Das würde mich sehr freuen. Wenn sich jetzt einer moralisch unter Druck gesetzt fühlt, ja, genau so soll es auch sein. Dafür habe ich euch hier fast eine Stunde lang eure Produkte zugequatscht und schön geredet. Das ist das Mindeste. Es kann aber auch gerne darüber hinausgehen. Das würde mich sehr, sehr freuen und vor allen Dingen die Kinder für die Herzenssache. So, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich gucke kurz noch mal auf meinen Zettel. Nö, es war lang genug. Ich hoffe, der Test hat einigermaßen interessiert. Wir sind ein bisschen schlauer geworden. Wenn nicht, ist zumindest Zeit rumgegangen und ich war von der Straße weg in der Zeit, in der ich hier produziere. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bedanke mich im Voraus bei den Herstellern, die mit einer tollen Spende die Aktion unterstützen, bei Ihnen, die mitmachen. Mit den 10 Euro 20, 30, 40 wünsche Ihnen viel, viel Glück bei der Verlosung. Wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns spätestens nächste Woche Freitag um 12 Uhr mit einem anderen spannenden Thema wieder. Herzlichen Dank und bis dann. Ihr Bernhard Strom. Wir sehen uns beim nächsten Mal.